Musik In der spirituellen Liebe gibt es Ozeane aus Licht voller dunkler Sterne. Ihr könnt eure Herzen für euch selbst öffnen, wie alle sehen es. Die Lichter, Dunkelheiten und Räume sind im Gleichgewicht. Und alles ist im Einklang und lebendig. Die Lichter der Dunkelheit verbinden im Kosmos und die Sonne. Die Kosmen der Lichter sind barmherzig und freundlich. Und die transzendentale Natur der Wasser, der Gase, der Erden und Feuer, Blute und Lebewesen leben in Geistern jenseits der Gewalten. Diejenigen, die es nicht können und wollen, sind erleuchtet und retten die besten und die schlechtesten Welten. Sie beinhalten Anerkennung, Gewissen, Verständnis und Freiheit, Anarchie, Ordnung, Vergebung und Leben. Ringen diejenigen zusammen, die nicht vergeben können und vergeben das, was zu vergeben unmöglich ist. Die Brillanz zieht durch alle Welten und fließt und erläuchtet diejenigen, die es nicht verstehen können. Alles mit den Technologien und der Natur verpackt wird zum ewigen Frieden. Der Geister und der Herzen des Lebens. Und alles fließt in Ewigkeiten. Alle Wuten und schlechten Gedanken in den Kosten und gleiche Rückschauern. Es wird besser und alles ins Wies ist. Die Götter, Göttinnen und die Geister reinigen alles und die Wünsche des Unmöglichen erfüllen. Wer das Unmögliche will, verdient das Unmögliche. Von Glück und sogar Euphorie. Ich vergebe, um alles Leben zu retten und durch die Magie befreit zu sein, du hast den Leben ohne Tod aufrecht, ehrlich, fair, korrekt und aufrecht gestehen. Und die Geister der Herzen erleuchtet wird. Um die Liebe zu schaffen, die die Natur der Dinge umfasst. Um das Leben und den Tod allem gewachsen zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020